so wo kriegen wir jetzt noch wo hatten wir das das eine kupferstück jetzt her das hatten wir aus diesem klumpen gekriegt genau in der höhle so in der höhle jetzt müsste man nur noch jetzt müsste man nur noch wissen was ein was ein kupfer was was die schmelze zu bedeuten hat weil wenn man vielleicht irgendwas einschmelzen könnten ein dreckklumpen oder irgendwas mal gucken was wir auch noch machen können auch wenn kupfer finden und dann raus barren machen oder irgendwie sowas und wie viel wir erworben ja fahrzeug wenn ich schlecht vielleicht vielleicht ist es ja möglich mit fahrzeugen wieder was zu bauen dass wir da wie hier mit Energieleitung am Leben bleiben mit dem Flüchtling ist weiter ja es ist nur hinten müssen das hast du schon mal die roten Grissalle die langläglichen Grissalle gesehen und ich muss das wissen wo du bist in der Hölle drin hier dritten in der Hölle ja ich bin in der Hölle aber ich sehe gerade nicht wo du lang gehst Adapis direkt hier unten dann geht's hier hoch also ich habe nichts mehr im Inventar ich bin voll auf deinem Spielstand okay ich bin tot Vorsicht vor sich nicht geht ich gehe hoch da ist nur so ne ja ich sehe es dann looute mich da dann kann ich mich gleich looute da dann hast du ein bisschen was im Inventar gemischt warum nicht da kann ich was abzacken das reicht ein bisschen gemisch dann geht's weiter äh Latte wie hieß das da unten Latte Riedner Latte Ried ich weiß es nicht mehr ich versuche da mal was mitzunehmen und vielleicht mal in den Schmelzer reinzuklatschen vielleicht ich habe wieder ein Forschungsobjekt sehr gut ist hier noch irgendwas ne hier geht's jetzt wohl runter weil hier sind noch mehrere Forschungsobjekte wieder da ist so ein Teil wie das so aussieht wie sonst dem ich in Skoppa habe aber das kann ich noch nicht mehr nehmen Teile herstellen Solar Modul, Batterie, Verbindung sehr gut ich will unbedingt was von diesen Latte Ried mitnehmen ich will gucken ob ich das schmelzen kann ein bisschen weiter vorstoßen hier ich weiß ja gar nicht was sich hier angreift hier hinten ist noch was unbekannt Forschung hier ist ein ganz großes rechteckiges Objekt aber wenn wir jetzt ein Auto hätten dann könnte man da alles schon draufladen nicht unbedingt mit dem Auto machen das wäre oder vielleicht ja da hatten wir nicht irgendwas mit dem Transporter oder LKW erforscht ne wir hatten Treibstoff treibstoff aber danach hatten wir noch irgendwas mit dem Treibstoff Kondensator erforscht ein wenig er wird sie ein rechteckiges so ein so ein so ein so ein mal kicken so ein bisschen noch da Energie müsste da sind so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen gefunden von der profession und sturm ist nähe ich bin nicht gestorben aber die die sich hier einfach er neben der forschungsstation ausgelockt und hier so ganz klein handels jungen ich brauche kupfer das gehen wir dann noch mal runter in einem war hat der hat das liegt ja auch nicht hier warum ich habe erforscht keine politischen bitte bitte lachen wenn du jetzt gebannt wird obwohl der markt ist er nicht durch geheimdienste sind von orsch und irgendwas hat er immer gesagt der macht vieles nicht wichtig bist du blöd ich dachte das greift mir an das sieht aus der film ist gut der politische weil schauen wir uns gott mit spiel so hier bin ich gerade im sturm oder ich hänge hat er sowieso mit der mitspielte sowieso klasse sehr vorsichtig was aber ich hatte doch vorhin den filter ich bin jetzt unter unserer station wiedergekehrt trotzdem einsammeln die schießen zwar auf dich nein müssen dich aber treffen das wollte ich gar nicht aufsammeln das würde so ein forschungsobjekt und laterit habe ich jetzt mal ein bisschen schnell nach eingesammelt mal gucken ich hoffe dass wir das leid schmelzen können jetzt aber ich glaube nicht dass es hier waffen gibt filter ich habe ich hatte doch auch ein filter vielleicht sind die folge dem problem mehr ich finde es ja mit dem sturm geil mit dem wenn ihr von weiten siehst irgendwie ist das spiel beruhigend finde ich seele und geist so so wie ich will doch keine herrn gehen jetzt könnte man zu dahinten ja hier ist die Höhle voller Sauerstoff deswegen kann ich jetzt ein bisschen erkundigen mal ein bisschen rum gucken hier muss es auch irgendwo kupfer geben hier ist Harz ich habe steine gefunden die ein bisschen die funkeln also der ganze berg funkelt hier aber das scheint nicht irgendwie kupfer wie kriegt man kupfer das muss doch verdammt 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 lauf lauf ich doch will die dinger bauen hier zack verbindung ach so ich habe noch diese laterien dinger die wollte ich ja mal laterien gleich ist sonne da ich forsche gleich mal die energie da ist laterien 1 2 3 4 irgend ach quatsch nicht Harz nein nicht Harz obwohl es gab ja dieses treibstoff kondensar ding ja das haben wir ja schon fast gebaut ja und da kommt bestimmt auch dieses genau ein kupfer da kommt bestimmt auch dieses in die dinge rein da sollten wir die erstmal fahrzeuge bauen und vorgetreibstoff bauen oh Benny Laterit da steht drunter Aluminiumerz ah und wahrscheinlich kann man das schmelzen ja ja oh ich kanns grad schmelzen sehr geil jetzt haben wir einmal Aluminium alles klar also Laterit ist Aluminium dann gehe ich jetzt nochmal in die Höhle und hole da ordentlich was warte dann lasse ich hier noch ein bisschen Zeug liegen gemisch gemische gemisch gemisch ich bin leider Harz wenn man jetzt Harz reinmacht geht das ne kann man nicht also wenn ihr irgendwas findest irgendein Erz was wir jetzt noch nicht gehabt haben bring mal irgendwas mit oder nimm es in dein Inventar und dann kannst du drinnen sehen was es ist also drunter dann steht das so mit wir haben auch ausprobieren es wurde ich mir dann noch was ich weiß nicht noch genau wo ich das Kriege haben Aluminium vielleicht kann man ja auch Fahrzeuge bauen das wäre fett unten war letztens was da hinten nur wen die Scheißpilze aufpassen kann man die irgendwie unterhöhlen oder was die Pilze kann man die irgendwie unterhöhlen oder was die Pilze boah da macht das kriegen wir doch ganz leicht hin hier war aber spannend wie das mit den Erdschichten hier ist das die alle unterschiedlich farbig sind und so nicht soweit nicht ich müsste mal jetzt wissen ob das mit dem Filter hinhaut hier jetzt habe ich Troll natürlich nichts mitgenommen für von weiten kann ist hat malachis habe ich bringt das mal mit und guck mal in einem inventar da müsste jetzt irgendwas stehen was es ist was für ein erz sehr gut bringt so viel mit wie du kannst so kann ich jetzt ein bisschen forschen deswegen ist vielleicht auch die erde grün war kuppa auch wenn es oxidiert ist ja grün Heinz hat so mit zu tun oder schlauer ich denke da steht auch da Aluminiumärzte steht auch da einmal die nie guckt Programmierung schlau wenn ich hier schon drinnen wie wir sind was im forschen mitnehmen wo haben wir das forschungszeugen rausgekriegt kupfererz verdammt ich habe Kupfererz gefunden Bindung Aluminium hier kommt Hartz weg Kupfer mit sehr gut nach und nach fühlt sich alles zusammen zack zack Irgendwas noch zum forschen. Ich habe Angst, dass ich hier gleich sowas von sterbe. Bei jedem Objekt, was ich nicht kenne, der irgendwie... Ich glaube, ich habe Wasser, Wasser gefunden. So, wir haben einen Treibstoffkondensator. Ich komme jetzt mal zurück. Na, geht's noch? Okay, komm, wir lassen mal die Verbindung noch hier. Komme ich da nochmal lang? Dann haben wir das dran. Okay, gut, wunderbar. So, vollgepackt. Komme wieder. Das war schon mal so ein Fahrzeugdepot. Ich muss gerade ein bisschen Harz suchen. Warte. Bis nach Harzen muss er. So. So. So, ich habe ordentlich Zeug mitgebracht. So, Wind... Ach, jetzt kann man doch schon aus dem Windrad bauen. Vielleicht kann man jetzt ja... Sonnenunabhängig leben. Nee. Sondern windabhängig. Na ja, ich glaube, ich habe jetzt mehr mit als Sonne, oder? Kupfer drin gewesen. In der Schmelze? Ja, habe ich noch drin gelassen. Nee, 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 in dem Forschungsdingler. Ach so, ja, ein bisschen Kupfer ist noch im Schmelzer. Ja, also... Warte, was haben wir denn hier unten noch alles? Tank, Gemisch, Energiezelle, Filter, Kupfer, Generator, Windfahne, Aluminium. Warte, ich mache jetzt erstmal hier in der Mische... Was hast du da drin? Kupfer, ja? Jo. Malachit muss da rein. Ja, jetzt brauchen wir nur noch... Jetzt brauchen wir nur noch Energie. Warte ich noch schnell hier. Was haben wir denn auch noch Kupfer rumliegen? Hier ist noch Gemischzeug. Ja, dann bauen wir mal so einen Windrad. Vielleicht können wir den wirklich... Welches Erz brauchte man für die Teilchen hier? Was heißt Teilchen? Ähm, diese... Mit T. Diese... Äh... Verbindung? Verbindung, genau. Gemisch. Gemisch. Immer noch... Lithium können wir auch noch finden, Mini, für Batterien. Lithium. Los kommen. Sonne. Da kann ich so noch irgendwie noch Energie rum. Gelb ist ja Energie, oder? Gelb ist ja Energie, oder? Gelb ist Energie, ja. Deine Energie, oder? Ja, da kann ich es noch nicht mehr rum. Ja. 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 eben ist echt guckt dass wir das hinkriegen da ohne ohne sonne ist ja echt nervig so gleich sonne da vielleicht dann halt mit batterie oder so was der wind in der batterie dass die halt gespeichert wird die energie aber müssen sie haben geflogen mit oder so jetzt auch jetzt mit diesem auf gleich geht es los jetzt ja auch ja genau hier ein weg wird schmelz ich sonst die lumpers mal ein 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 Ich habe jetzt vier von diesen Aluminiumteilen da reingeklatscht. Kupfer, Kupfer, Kupfer und ich habe jetzt nur einmal Aluminium rausgerichtet. Der Kupfer hatte ich auch nicht so viel. Ist das jetzt Backe oder was? Vielleicht könnte man ja hinterher die Gierung auch noch herstellen. Ich sehe gerade, wie du Energie abzwackst. Ja. Ich habe mich auch gerade gefragt, ob du das sehen kannst. Ich habe gerade irgendwas mit dem Treibstoffding gemacht. Der hat ja gerade irgendwas angedockt. Treibstoffkondensorto. Hydrazin. Das wollte ich auch nicht. So, warte mal. Jetzt brauche ich erstmal einen Windrad. Das würde mich jetzt interessieren. Verbindung, Tank, Gizel, Wilder, Aluminium. Windfahnen, Aluminium. Also, ich glaube, das liegt doch an der grünen Erde mit dem Malachid. Oh, Giftgas. Aufpassen. Ich will ein Auto bauen. Das war Gemisch. Hydrazin. Hast du sowas auch schon? Naja. Das musst du gucken. Das steht direkt in der Drunter. Das ist... Treibstoffkondensorto. Das ist... Treibstoffkondensorto. Das ist... Treibstoffkondensorto. Genau. Ich will unbedingt eine Autobahn. Ein Drucker... Ach, sieh, ein Drucker haben wir ja auch noch. Fahrzeugbucht, Aluminium, Aluminium. Kupferhammer, aber Aluminium haben wir nicht so viel. Aluminium haben wir einmal. einmal Kupfer, Kupfer, Kupfer gemisch, gemisch Scheiße ich brauche nur Aluminium, hast du noch irgendwas? also ich bringe jetzt nur Kupfer mit gerade und gehe ich mal in die Höhle rein Treibstoff immer alles ein bisschen in den Nebenlingen, das wir alles sortiert haben also brauchen wir noch Aluminium, aber warte mal dann brauche ich aber Verbindung, Gemisch das Harz ich glaube es ist auch noch Gemisch, ja dreht sich das Drehding da, das Windteil hier 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 hier